Liebe Kunden, Geschäftspartner und Kollegen, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Das Jahr 2020 war für uns alle nicht so leicht. Dennoch möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Für die Unterstützung, für die warmen Worte und für das entgegengebrachte Vertrauen. Ihnen und Ihren Familien möchten wir auf diesem Wege glücklicher, ruhiger und gesegneter Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2021. Untertitelung des ZDF, 2020